Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom AlpCast. Episode Nummer 3 und die allererste im neuen Jahr 2021. Zuallererst müssen wir natürlich gleich mal vorwegnehmen, wunderschönes neues Jahr. Ich hoffe, alle hatten ein schönes gelungenes Silvester, auch wenn es natürlich etwas anders aussah, als das üblicherweise der Fall ist. War ja dieses Jahr doch ganz, ganz anders, als man das von den vorigen Jahren kennt. Viel Party, eng, viele Menschen, ein großes Fest. Das war dieses Jahr einfach nicht möglich durch die Umstände. Ich glaube, das haben natürlich alle Leute auch irgendwo einsehen können. Und es hat ja laut Medienberichten auch wirklich gut funktioniert, dass man sich hier an die Regeln hält. Wir sind in das neue Jahr 2021 gestartet, gleich mal mit einer schönen kleinen Neuigkeit, wobei klein groß eigentlich. Wir haben auf YouTube 1000 Abonnenten erreicht. Vielen Dank an unsere Community. In diesem Fall, falls ihr den Podcast über andere Kanäle hört außer YouTube, dann kann ich euch nur empfehlen, schaut bei uns bei YouTube Alpen Academy vorbei, wenn euch da die Inhalte interessieren. Das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Neujahrsgeschenk gewesen. Wir möchten hier nochmal an dieser Stelle ganz groß Dankeschön sagen. Heute sprechen wir weniger über das, was 2021 kommen wird, weil wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nicht, wie sich Corona weiterentwickelt. Wir wissen nicht, was wir im Jahr 2021 an Projekten umsetzen können aufgrund der Lage, der gesundheitlichen Lage, der internationalen Lage. Wie auch immer, wir wissen nicht, ob wir unsere Reisen umsetzen können, unsere Expeditionen umsetzen können. Es hängt alles so ein bisschen in der Schwebe. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass das alles möglich sein wird. Aber ich glaube, ihr könnt euch ganz, ganz gut vorstellen, dass das jetzt etwas schwierig ist zurzeit. So, und deswegen möchten wir heute gar nicht so über die Zukunftspläne sprechen. Wir werden dazu ein Video auf dem YouTube-Kanal veröffentlichen, wo es ein bisschen detaillierter darum geht. Aber der Podcast, der soll heute ein bestimmtes Thema besprechen, mit dem ich mich in letzter Zeit auseinandergesetzt habe, beziehungsweise in letzter Zeit, stimmt nicht ganz. Es war, vor ein paar Tagen ist es mir wieder so aufgekommen, das Thema. Deswegen musste ich da dran denken und dachte mir, das ist eine wunderschöne Gelegenheit, das hier im Podcast aufzugreifen. Und zwar lautet das Thema, wie ihr auch im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, Sherpa. Die Sherpas haben in unserer Kultur, also in der Kultur des Bergsteigens, eine wahnsinnig wichtige Rolle. Gerade in den ersten Zeiten des Bergsteigens im Himalaya, da ging es gar nicht ohne Sherpas. Also man muss sich das so vorstellen, dass Expeditionen mit dem Alpinstil eine absolute Ausnahme waren und wirklich selten vorgekommen sind. Also ich denke da an Alpinstil-Expeditionen von Steve House, wenn man sich jetzt die Neuzeit anschaut. Aber wenn man in die Vergangenheit schaut, dann wären da Reinhold Messner oder Hermann Buhl. Die haben sich mit Alpinstil-Expeditionen einen Namen gemacht. Aber im Großen und Ganzen waren Expeditionen früher eine große logistische Herausforderung. Also da war nichts zu zweit oder zu dritt. Also Sherpas waren ein ganz normaler Bestandteil des Bergsteigens im Himalaya, aber auch in den Anden. Also die Erstbesteigungen in den Anden waren ebenso geprägt von Trägern. Ich meine, dort sind das halt dann nicht die Sherpas. Und das bringt uns eigentlich auch gleich zum allerersten Punkt. Sherpas, was ist das überhaupt? Also die Sherpas sind den meisten Leuten als die Menschen bekannt, die sich für den Materialtransport von Camp zu Camp hochquälen oder für die Logistik im Allgemeinen zuständig sind. Tatsache ist aber, dass die Sherpas eigentlich gar nichts mit dem Tragen von Dingen am Hut hatten. Zumindest nicht bis vor 100 Jahren. Denn erst vor 100 Jahren ging die Bergsteigerei im Himalaya, nicht mal 100 Jahren, ging die Bergsteigerei im Himalaya das erste Mal los. Und da waren Sherpas das erste Mal gefragt. Also die Sherpas sind ein Volk. Und die leben am Fuße des Himalayas beziehungsweise weiter oben. Also wenn man da zum Beispiel jetzt das Kumbo Valley hernehmen würde, das ist quasi das Tal in der Nähe des Mount Everest. Da leben zum Beispiel in Namche Bazaar oder so einige Sherpas. So, und diese Sherpas, die haben sich natürlich angeboten, denn die haben Geld gebraucht und haben für diese Expeditionen, die damals in den 30er Jahren, in den 20er, 30er, 40er und 50er Jahren dann eben im Himalaya stattfanden und dann in den 60er und 70er Jahren dann auch hoch erfolgreich waren, die haben sich dafür angeboten, quasi das Tragen zu übernehmen. Und das war ein glücklicher Zufall oder unglücklicher Zufall. Dazu kommen wir dann gleich. Aber das war ein glücklicher Zufall eigentlich. Denn da hat man das erste Mal festgestellt, dass Sherpas tatsächlich irgendwie andere Bergsteiger sind, als die Bergsteiger, die die Nationen damals losgeschickt haben. Denn Bergsteigen war ja früher eine nationale Angelegenheit. Also das ist mit Regierungsauftrag passiert, denn dahinter stand ja auch viel Prestige. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass diese Sherpas plötzlich diese Bergsteiger, diese erfahrenen Bergsteiger begleiten durften. Und dafür haben sie auch relativ viel Geld für damalige Verhältnisse bekommen, womit ist für sie natürlich lukrativ, was sie zu begleiten. Die Aufgabe damals bestand darin aus zwei Dingen. Erstens, die Sherpas kannten sich in dieser Region deutlich besser aus. Und die Wege zu den Bergen waren relativ wenig erschlossen. Denn die Sherpas per se haben überhaupt kein Interesse, die Berge zu besteigen als Sherpas. Vielmehr gilt das Interesse dem Geldverdienen. Und die Bergsteiger der damaligen Zeit, also der 40er und 50er Jahre, die waren in der problematischen Situation, dass es eine schlechte Kartografie, beziehungsweise teilweise auch gar keine Kartografie, des Himalajas gab. Und es gab dementsprechend auch keine Wege. Und was die Sherpas eben mal einen Vorteil hatten, war, dass sie genau wussten, wohin man gehen muss, wenn man wohin will. Und diesen Vorteil haben sich die Bergsteiger zunutze gemacht, haben sie bezahlt und dann haben sie sie dorthin gebracht. Und ein zweiter großer Vorteil war, dass die Sherpas relativ viele Menschen sind. Zumindest, wenn man sie jetzt ins Verhältnis setzt zu einer kleinen Gruppe von Bergsteigern. Und diese vielen Menschen, die hatten eben nicht nur Ortskenntnisse, sondern die hatten auch Kraft. Und das haben sie sich insofern zunutze gemacht, dass sie angeboten haben, die Lasten der Bergsteiger zu tragen. Denn tatsächlich war es so, dass diese großen Expeditionen in der Anfangszeit des Bergsteigens eine Organisation, eine Logistik dahinter stand und so viel Material, dass das unmöglich war, auf einmal zu tragen. Also man kann sich das so vorstellen, wenn wir heute in den Bergen hier irgendwo unterwegs sind, dann gehen wir auf den Gipfel hinauf und wieder hinunter. Und wenn der Gipfel relativ weit weg ist, dann schlafen wir irgendwo auf einer Hütte. Aber grundsätzlich gehen wir keinen Weg zweimal, sage ich mal. Aber das ist eben ganz anders, wenn man sich die Expeditionen der 40er und 50er Jahre anschaut. Denn das waren große logistische Herausforderungen und da galt es eben viel Material mit zu transportieren. Und dieses Material wurde eben unter anderem auch von den Sherpas getragen. Das heißt, die Sherpas hatten zwei Aufgaben. Das Volk der Sherpas bekam einen Job. Und zwar einen Job einerseits bestehend aus Ortskenntnissen und Führung zu den großen Bergen und andererseits bestand der Job aus dem Tragen der Lasten. Natürlich haben die Bergsteiger damals auch ihre Last getragen. Also es ist nicht so, dass die Bergsteiger ohne Rucksack dann da hingegangen sind und die Sherpas haben alles getragen. Das war nicht so, sondern da gab es schon eine gewisse Aufteilung und Gleichberechtigung. Aber grundsätzlich war das noch kein Business. Also das war keine Industrie. Die Sherpas waren keine Industrie, sondern die Sherpas waren grundsätzlich erstmal nur Leute, die am Weg aufgegabelt wurden, bezahlt wurden und dann eine Aushilfe darstellten. Und das war die Ausgangssituation in den 50er Jahren. Diese Menschen, es gab kein Internet, es gab kein Telefon, diese Menschen waren absolut abgeschottet von der großen Zivilisation. Ich will gar nicht von der ersten Welt sprechen, da sowieso. Und wurden dementsprechend aus Zufall entdeckt. In den 70er Jahren haben sich viele Bergsteiger vorgenommen, keine großen Expeditionen mehr so durchzuführen in diesem Stil und die Sherpas wurden wieder, ich sag jetzt mal nicht arbeitslos, aber arbeitsloser. Es waren weniger Aufträge da, es waren weniger Expeditionen da und oftmals haben sich Expeditionen darauf konzentriert, möglichst gering, in geringem Aufwand und mit möglichst schlanker Organisation die Berge zu erreichen. Und das hat natürlich dem Geschäft der Sherpas irgendwo auch geschadet. Aber Geschäft kann man eigentlich noch gar nicht sagen, denn tatsächlich haben sie ja bis dahin auch irgendwie überlebt. Aber sie haben eben einen gewissen Geldsegen gewittert. Und wenn man sich das jetzt, wenn man das jetzt in Kontrast setzt, zu der, ich sag mal, heutigen Zeit, was hat sich seitdem tatsächlich verändert? Es hat sich eine ganze Menge verändert. Denn die Sherpas, die sind heute nicht nur einfach Träger, sondern die Sherpas haben eigene Verbände, Organisationen, Dachverbände, die sich um die Anliegen der Sherpas kümmern. Es gibt unter den Sherpas den sogenannten Sirdar, der sich um die Verhandlungen mit den Expeditionen kümmert und so weiter. Man kann sich das also so vorstellen, dass hier zwei Gruppen miteinander zusammenarbeiten, zwei Berufsgruppen fast schon miteinander zusammenarbeiten und da einen Vertrag abschließen. Und so wird das dann, wie das in dem Vertrag steht, wird das dann gemacht. Die Lasten, die die Sherpas zu tragen haben, die werden abgewogen. Da gibt es dann ganz bestimmte Regeln. Das wird dann alles vereinbart in einem Vertrag. Grundsätzlich kann man auch sagen, dass die Sherpas, also Gewerkschaft, da jetzt vielleicht ein wenig zu viel gesagt, aber es gibt schon so eine Art Gewerkschaft, die sich dafür einsetzt, dass die Sherpas gut behandelt werden und so weiter. Aber, und das ist jetzt interessant, warum gibt es denn das überhaupt? Warum hat sich das denn so entwickelt, dass die Sherpas eine Gewerkschaft brauchen? Und das bringt uns zurück in die 90er Jahre. In den 90er Jahren, da haben sich Expeditionen zu einem lukrativen Geschäft für Reiseanbieter aus dem Westen, also aus Europa und aus Amerika ergeben. Also die haben quasi eine Fährte aufgenommen für das große Geld. Und was dann passiert ist, ist, dass diese großen Organisationen Reisen für Europäer und Amerikaner nach Nepal angeboten haben, um zum Beispiel den Mount Everest zu besteigen oder den Manaslu zu besteigen oder welchen Berg auch immer. Es ging darum, Expeditionen zu verkaufen und Geld damit zu verdienen. Die westlichen Länder haben aber mehr oder weniger das Problem gehabt, dass sie natürlich unglaublich hohe Kosten für all diesen Aufwand hatten. Und die Sherpas waren, dadurch, dass sie in einem Land gelebt haben, das sehr, sehr billig war, oder in dem bis heute alles sehr, sehr günstig ist, vergleichsweise zu, also verglichen mit Europa, hatten die Reiseleiter mehr oder weniger das Problem, dass sie die Wahl hatten zwischen sehr, sehr teuren Tourguides oder Guides, Tourguides und Trägern aus Europa und sehr günstigen, billigen Arbeitskräften direkt in Nepal. Und so haben sich in Nepal Organisationen gefunden, die die Sherpas quasi zu einer Art Arbeiterschaft gemacht haben und dann an die westlichen Expeditionen mehr oder weniger vermietet haben. Und bis heute hat sich das nicht wirklich geändert. Der große Andrang auf die 8000er und 7000er Nepals, der hat dafür gesorgt, dass wir heute Agenturen haben, die Sherpas vermitteln. Und ehrlicherweise muss man sagen, dass das schon ziemlich verrückt klingt, wenn man so im Nachhinein oder rückblickend darüber nachdenkt, wie sich das entwickelt hat. Es gibt einen guten Grund, warum Expeditionen mittlerweile Verträge abschließen müssen mit Agenturen von Sherpas und so weiter. Da wurde in den 90ern und Anfang der 2000er Jahre wirklich viel Schindluder getrieben. Also die Sherpas wurden teilweise ausgebeutet, wurden viel schlechter bezahlt als abgemacht, wurden zu Lasten gezwungen, die sie einfach nicht tragen konnten und die gesundheitlich sehr bedenklich waren. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass sich das bis heute nicht wirklich verbessert hat. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass die Sherpas heute immer noch zu viel tragen und immer noch unter wirklich unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen. Immer wieder gibt es jetzt in letzter Zeit Dokumentationen über Sherpas, um sie mehr oder weniger zu würdigen, indem man sagt, okay, man gibt ihnen sozusagen ein Bild, man malt ein Porträt über den Beruf Sherpa. Und ich sehe das etwas gespalten. Denn einerseits ist es super, wenn man einer Berufsgruppe eine Möglichkeit zur Präsentation gibt, um zu sehen, wie arbeiten sie wirklich, unter was für Umständen arbeiten sie wirklich. Aber ehrlicherweise, jede Dokumentation und jede Reportage über Sherpas, die ich bis heute gesehen habe, war sehr scheinheilig. Also es ging schon zwar immer so ein bisschen darum, ja, wie arbeiten die Sherpas? Ist das eine Berufsgruppe, die sehr unter uns leidet, unter uns westlichen Bergsteigern oder geht es dir dann eh ganz gut? Aber hauptsächlich ging es eigentlich darum, zu zeigen, dass sie großartige Leistungen vollbringen, um uns auf die Gipfel zu bringen. Und dieser Nachsatz, der wurde immer sehr stark in den Fokus gestellt. Bei jeder Dokumentation, die man so im Internet findet oder auch im Fernsehen sehen kann. Es geht immer hauptsächlich darum, irgendwelche Bergsteiger nach oben zu bringen. Und das ist ja auch der Job der Sherpas. Aber was mir fehlt, sind viele tiefgehende Einblicke in das Geschäft. Also es ist schon so, dass viele Familien daran hängen, viele Kinder daran hängen und viel Schindluder, was die Arbeitsbedingungen betrifft, betrieben wird. Und das wird nicht dokumentiert und das wird nicht gezeigt. Vielleicht, weil man das auch seitens der nepalesischen Regierung versucht zu verhindern, dass dieses Bild erzeugt wird, denn das ist der nächste große Punkt. Mit Sherpas verdienen vor allen Dingen Nepal Geld. Jetzt muss man sich das so vorstellen. Die Nepalesen sind ein relativ armes Volk insgesamt. Die Sherpas sind da nochmal die allerärmsten, kann man sagen. Und sie haben sich aber mit diesem Geschäftsmodell, Menschen auf die hohen Berge der Welt zu bringen, relativ gut aus der Armut rausbuxiert. Es gibt aber das Problem, dass auch die nepalesische Regierung weiß, dass Nepal ein sehr armes Land ist und dass man mit diesen Sherpas mehr oder weniger auch Geld verdienen könnte. Warum verdienen denn jetzt die ganze Zeit nur Agenturen mit denen Geld? Wir wollen auch was von dem Kuchen abhaben als nepalesische Regierung. Und dementsprechend sitzt die nepalesische Regierung, das Government, mehr oder weniger als eine Lobby im großen Verband der Sherpa-Agentur. Und das ist ein unglaublich undurchsichtiges Konstrukt von Strukturen, die teilweise wirklich korrupt sind und teilweise auch wirklich schlimm und menschenverachtend. Also Sherpas haben durchaus auch ihr Geld an den Staat abzugeben oder zumindest Teile vom Verdienst an den Staat abzugeben. Und dann kommen da natürlich auch noch die berühmten Permits dazu. Die gehen auch eins zu eins an die nepalesische Regierung. Laut eigenen Aussagen, dieser geht ein großer Teil des Permits an den Erhalt der Wege, an den Erhalt der Natur und der Ökologie in den Bereichen, in denen die Menschen unterwegs sind. Ich kann garantieren, das ist Bullshit. Das stimmt so nicht. Also die nepalesische Regierung kümmert sich erst seit kurzem tatsächlich ein bisschen um die Umwelt im Himalaya. Da wurde ganz, ganz lange nichts gemacht. Jetzt muss man aber sagen, dass sich die Sherpas in den letzten Jahren unglaublich verändert haben. Als vor wenigen Jahren die Expeditionen einen unglaublichen Zulauf erhalten haben, also der Himalaya wirklich zu einer Touristenattraktion wurde, da haben die Sherpas natürlich wiedererkannt, dass man damit sehr viel Geld verdienen kann. Und tatsächlich ist es so, dass Sherpa zu einem der erfolgreichsten Berufe in Nepal gehört. Jetzt gibt es aber auch eine Schattenseite bei dem Ganzen. Der Sherpa befindet sich in deutlich größerer Gefahr als der Bergsteiger. Wieso? Grundsätzlich ist es so, dass wenn ich jetzt eine Expedition bei einem großen Anbieter buchen würde, dann fliege ich dorthin, zahle da sehr, sehr viel Geld und dann muss ich den Weg im Prinzip nur einmal gehen. Abgesehen jetzt von Akklimatisation und Co. Aber grundsätzlich, ich schleppe kein Equipment, ich verlege keine Hochlager oder ähnliches, das machen alles die Sherpas. Aber vor allem machen die Sherpas etwas, was unglaublich gefährlich ist. Die sogenannten Icefall Doctors, die sind dafür zuständig, die Gletscherbrüche so zu präparieren, dass die Bergsteiger gefahrlos drüber gehen können. Und dieser Job ist unfassbar gefährlich. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass in diesen Gletscherbrüchen, zum Beispiel im Kumbu Icefall, das ist der große Gletscher, der zum Lotse, beziehungsweise zum Mount Everest hinauf wird, von nepalesischer Seite und auf dieser verläuft eben der Normalweg in dem Fall, da gehen immer wieder, auch in den idealen Zeiten, Lawinen ab. Und nicht selten kommt es vor, dass bei diesen Lawinen dann eben die sogenannten Icefall Doctors sterben. Und die Frage ist jetzt natürlich, ist das notwendig? Die eine Seite argumentiert, ja, ja, die kriegen ja relativ viel Geld. Also die Icefall Doctors, und das stimmt absolut, die kriegen viel mehr Geld als die reinen Träger. Ist es damit jetzt gerechtfertigt, dass sie ihr Leben riskieren? Ich persönlich sage nein, denn sie riskieren das Leben für andere Menschen, die aufgrund einer absurden Idee der Meinung sind, sie müssen da jetzt rauf. Sie können es aber nicht aus eigener Kraft, deswegen organisieren sie sich eben Hilfe. Und diese Hilfe bezahlen sie, und sie bezahlen eben nicht für die Tatsache, dass diese Menschen sterben könnten, sondern sie bezahlen für die Hilfe. Und deswegen finde ich, ist dieses Argument, dass die Sherpas ja sehr viel Geld für diese gefährliche Arbeit kriegen, einfach nicht richtig. Sie kriegen nicht viel Geld für eine gefährliche Arbeit, sie kriegen in erster Linie Geld für Arbeit. Und wenn man das in unsere Lohndimensionen umrechnen würde, dann würde man auch feststellen, dass das unfassbar wenig Geld ist, was sie da bekommen. Jeder Angestellte bei uns, egal mit welchem Ausbildungsstand, verdient hier deutlich mehr. Und wir müssen uns nicht in irgendwelche Gefahren begeben, zumindest die meisten Menschen in westlichen Berufen müssen das nicht. Die müssen das aber, die Sherpas, die müssen das, die haben da in dem Fall keine Wahl. Und ich bin nicht der Meinung, dass sie das Geld für die Gefahr kriegen, sondern eben für die Tatsache, dass sie uns überhaupt ermöglichen, uns in diesen Breitengraden überhaupt fortbewegen zu können. Natürlich ist jetzt das Thema Massentourismus und ist das in Ordnung, dass die Sherpas uns die Normalwege wie Pisten präparieren. Das ist ein Thema, da kann man stundenlang darüber diskutieren. Und ich kenne da viele, die die eine Meinung vertreten. Ich kenne da viele, die aber auch eine ganz andere Meinung vertreten. Also dieses Fass jetzt hier aufzumachen, das würde den Rahmen sprengen. Ich möchte eigentlich noch auf etwas anderes bezüglich der Sherpas hinaus. Was sich nämlich in den letzten Jahren auch geändert hat, ist die Position der Sherpas selbst. Sherpas waren ja ganz lange Zeit, wurden sie so ein bisschen, ich sage jetzt mal, also versklavt wäre jetzt ein wirklich harter Begriff. Aber sie wurden definitiv von der westlichen Industrie indirekt und von den Agenturen dort in Nepal direkt unterdrückt. Das heißt, die Sherpas hatten die Wahl. Willst du Geld verdienen, dann musst du genau, musst du sozusagen alles machen. Du startest relativ weit unten, da gibt es dann Hierarchiestufen, wo du dann aufsteigen kannst, vom einfachen Träger zum Icefall-Doktor und so weiter. Aber in den letzten Jahren haben die Sherpas für sich erkannt, dass das nicht wirklich erstrebenswert ist. Und sie haben ja auch gesehen, dass alle anderen Menschen so viel besser leben können. Die Sherpas dort, die müssen sich ihr gesamtes Equipment selber kaufen und die können sich vielleicht nicht immer das beste Equipment leisten. Aber die Leute, die auf den Mount Everest gehen, sind in der Regel Millionäre. Die können sich alles kaufen. Denn eine Besteigerung von Mount Everest kostet heute zwischen 50.000 und 150.000 Dollar, je nachdem, mit was für einem Komfort man ausgestattet dorthin will. Und das bedeutet letztlich, das können sich nur superreiche oder eben reiche Leute leisten und nicht der durchschnittliche Bergsteiger. Das bedeutet wiederum, dass diese Menschen natürlich nur mit High-End-Equipment anrücken, mit Leih-Equipment von der Agentur vielleicht oder ähnlichem. Und sie sehen erstmal, wie gut es ihnen geht. Die Sherpas sehen quasi, wie gut es den westlichen Bergsteigern eigentlich geht. Die Sherpas müssen die westlichen Bergsteiger bekochen. Die kriegen westliche Küche, die kriegen quasi europäische Küche geliefert, während die Sherpas mit einfacher Kost leben müssen. Und dieser Kontrast, der macht auf Dauer aggressiv. Das hat man auch in der Geschichte des Öfteren gesehen, nicht bei den Sherpas, aber wenn Menschen arm und reich so direkt nebeneinander leben müssen und die Armen quasi immer sehen, wie gut es den Reichen geht und das ihnen dann quasi auch noch vor die Nase gehalten wird, dann hat das langfristig wahnsinnige Auswirkungen auf die Mentalität und die Psyche. Sherpas sind eine Kultur. Sherpas sind nicht einfach nur irgendwelche Jobber oder Gelegenheitsworker, sondern das ist Kultur und das ist ein Stamm und ein Volk mit einer langen Tradition und Geschichte. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass man sie auch respektieren sollte, sowohl die Kultur als auch die Geschichte. Und einer, ein Bergsteiger, den ich persönlich eigentlich sehr schätze, der hat vor einiger Zeit dann zu spüren bekommen, was es bedeutet, sich nicht an die Regeln der Sherpas zu halten. Und dabei ging es darum, dass Uli Steck und Simone Moro versucht haben, das war damals, glaube ich, die Expedition, als sie versuchen wollten, den Mount Everest zu überschreiten und den Lotse zu überschreiten. Und damals gingen sie für eine Trainingstour, stiegen sie von Lager 2, glaube ich, auf Richtung Lager 3 und da hat sich Simone Moro mit einem Sherpa angelegt. Und das hatte zur Folge, dass die beiden im Camp 2 nur ganz, ganz knapp dem Tod entgangen sind. Und das ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass Sherpas keine Sklaven sind, sondern Sherpas sind Menschen wie du und ich und wir sollten sie auch dementsprechend respektieren. Und man sieht auch, was passiert, wenn man das nicht tut. Irgendwann nach langer Unterdrückung und nach langer, ja, es ist zwar ein hartes Wort, aber man kann schon von Versklavung sprechen, meiner Meinung nach, sollte man nicht davon ausgehen, dass die immer die beste Meinung über einen haben. Jetzt ist es aber so, dass die Sherpas leider dazu gezwungen werden, immer die beste Meinung über die Kunden zu haben. Denn das ist eben auch Teil der Kultur, die Sherpas dürfen sich nichts anmerken lassen. Die Sherpas sind verpflichtet, immer zu lächeln und immer gut drauf zu sein. Und tatsächlich ist es so, dass viele Bergsteiger ihnen das aber auch so abkaufen und die Bergsteiger das Gefühl haben, dass den Sherpas das alles nicht furchtbar auf die Nerven geht. Und das ist ein großer Irrtum. Also das ist wirklich ein großer Irrtum. Die Sherpas haben kein Interesse daran für, ich meine ja, in dem Fall viel Geld, aber wenn man es mit unseren Löhnen vergleicht, wenig Geld, so eine Arbeit zu machen. Und sie wissen auch, dass das, was sie machen, gefährlich ist und sie wissen auch, dass sie mit wenigen Expeditionen und wenigen Touren ihre Familie für ein ganzes Jahr ernähren müssen. insofern nein, diese Leute haben keinen Spaß daran. Und da haben sich jetzt einzelne Sherpas rauskristallisiert aus der Masse der Sherpas, die gesagt haben, ich mache das nicht mehr länger. Ich möchte selber Bergsteiger werden. Und das ist jetzt das große Thema, auf das ich letztlich hinaus wollte in diesem Podcast. Es geht jetzt nämlich um die Sherpas, die selbst zu den Bergsteigern wurden. Da gab es mal mehr, mal weniger. Es gab immer wieder Ausnahme, Bergsteiger, die einzelne Sherpas, die dann zu dieser Gruppe der Bergsteiger, der Spitzenalpinisten dazugehört haben. Ich denke da zum Beispiel an Tenzing Norgay Sherpa, der war zum Beispiel unter anderem der Erstbesteiger des Mount Everest. Der wurde dann relativ berühmt, dadurch hat noch einige andere Erstbesteigungen im Himalaya gemacht, aber grundsätzlich war das jetzt noch keine Berühmtheit. Also durch die extreme Armut damals in den 50ern und 60ern, da ging es nicht wirklich gut, sich einen großen berühmten Namen zu machen und somit war das schwierig. Heute ist das definitiv anders. Die Sherpas sind heute sehr selbstbestimmt unterwegs und vor allen Dingen haben sie mittlerweile die finanziellen Mittel, dass sie nachdem sie eine Karriere als Hochträger hinter sich gebracht haben, vor allen Dingen anfangen selber die Berge zu besteigen als eigenständige Bergsteiger und das funktioniert richtig, richtig gut. Also es gibt da einige Namen, die mittlerweile wirklich berühmt wurden. Erst letztes oder vorletztes Jahr, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, da hat es ein Sherpa geschafft, in einer neuen Rekordzeit alle 14 Achttausender zu besteigen und das war ein Sherpa, ein Hochträger, der das teilweise vollkommen allein gemacht hat und daran merkt man, dass die Sherpas einfach eigentlich fast schon die besseren Bergsteiger sind, wenn sie dementsprechend ausgerüstet und dementsprechend trainiert sind und eben auch die Chance und die Gelegenheit erhalten, selbst Bergsteiger zu sein und nicht nur Träger zu sein. Heute ist Sherpa eben eine Art Service, aber in Wirklichkeit stecken hinter diesem Service Menschen, die unfassbare Fähigkeiten haben. Doch der Punkt ist, ist, dass die Sherpas durch diese Bewegung aus diesem Berufsstand Träger, Porter, hin zum eigenständigen Bergsteiger ein neues Bild vom Alpinismus im Himalaya vermitteln. Denn die Sherpas, die sind durch ihre Kultur und durch ihre Entwicklung dafür bekannt, die Dinge sehr leicht aussehen zu lassen. Die Dinge mit einem positiven, mit einem Happy Face zu vollbringen und nie schlecht drauf zu sein. Sie zeigen sich meistens sehr stolz, sie sind sehr stolz auf sich, wenn sie etwas erreichen und das drücken sie auch gerne aus, sie freuen sich immer sehr über solche Dinge und sie vergessen gerne, dass hinter diesen Projekten, die sie da teilweise unternehmen, auch sehr große Gefahren stecken. Und das ist in diesem Fall auch so gewesen, also die 14, das Projekt, ich glaube Project Project Possible hieß das Ganze, da ging es darum, die 14, 8000er in Rekordzeit zu besteigen, was ihm dann letztlich gelang, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht von ihm, und der hat eben auch in vielen Interviews hauptsächlich sich sehr stolz präsentiert und hat die Gefahren zwar nicht klein geredet, aber definitiv eher vernachlässigt. Und das Bild, das dadurch entsteht, ist, dass 8000er Bergsteigen einfach ist. Und dass es nicht einfach ist, ich glaube, das sollte den meisten Leuten bekannt sein, aber viele Leute, die eben das Geld haben und eben auch mal irgendwie was Außergewöhnliches machen wollen, die wissen das vielleicht nicht und sehen solche Interviews und denken sich dann, naja, wenn ein Sherpa das schafft, dann schaffe ich das auch. Und wenn man die Entwicklung der Sherpas über die letzten 50 Jahre nicht genau studiert hat und nicht genau beobachtet hat, dann hat man vielleicht den Eindruck, dass die Sherpas tatsächlich sowas wie schwache Leute sind, die sozusagen nur die Träger für die westliche Welt darstellen und eigentlich keine eigenständigen Bergsteiger sind, weil sie dafür zu schwach sind. Aber das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Sie sind so viele bessere Bergsteiger als wir alle. Und aus diesem Gesichtspunkt heraus ist es natürlich auch logisch, dass es einem Sherpa relativ einfach fällt, einen 8000er zu besteigen, weil er ist eben so viel geübter, so viel trainierter, so viel begabter als wir. Und alleine deswegen ist diese Annahme, dass es, weil er es ein Sherpa geschafft hat, schafft man es auch, nicht nur nicht richtig, sondern sie ist sogar genau das Gegenteil. Jetzt, wo es ein Sherpa geschafft hat, sollte mir das sagen, dass es wirklich schwer ist und dass es nur die Besten schaffen. Und jetzt kommen wir halt in eine verzwickte Lage, denn auf der einen Seite stehen wir im Himalaya mit dem Massentourismus ohnehin schon mit dem Rücken zur Wand, also der Massentourismus wird immer mehr. Im Himalaya versammeln sich immer mehr Menschen, um die hohen Berge zu besteigen und immer in großen Expeditionen, in großen logistischen Herausforderungen. Also eines ist sicher, die Sherpas werden definitiv nicht arbeitslos. Also da ist es mittlerweile sogar so, dass zu wenig Sherpas in den Main Seasons vorhanden sind, zu wenig Gute und dann wird da teilweise auf Leute zurückgegriffen, die von der Materie vielleicht gar nicht so viel Ahnung haben. Und das ist natürlich unglaublich gefährlich und dahinter steckt auch wieder viel Lobbyarbeit durch die Agenturen und auch die nepalesische Regierung, um jetzt so ein bisschen den Kreis zu schließen. Ein weiteres Problem ist, dass die Sherpas, die jetzt als große Bergsteiger beginnen, eine Sache gemein haben mit den großen Expeditionen, sie nehmen hauptsächlich die Normalwege, denn die Sherpas kennen die Normalwege auf die meisten Berge, auf die meisten 8000er sehr, sehr gut und spezielle Routen, ich denke jetzt da, keine Ahnung, zum Beispiel an die Nordwestwand des Mount Everest, die ja wirklich eine Ausnahme in den Routen der Routen betrifft, die kennen die Sherpas auch nicht und deswegen ist es unwahrscheinlich, dass die Sherpas diesen Weg und diese Routen wählen würden und somit kriegen die Normalwege noch mehr Publicity und noch mehr Aufmerksamkeit insofern ja, schwierig. Also ich finde es wahnsinnig genial, dass jetzt Sherpas sagen, wir sind keine unterdrückten Arbeiter, wir sind selbstständige Bergsteiger und wir zeigen euch jetzt mal, wie Bergsteigen wirklich funktioniert, das finde ich absolut genial, aber ich fände es persönlich cooler, wenn die Sherpas sagen würden, wir machen das über die schwersten Routen und nicht über die einfachsten. Und was eben auch dazu kommt, ist, dass die Sherpas hier natürlich auch die Fixseile ihrer Kollegen verwenden und natürlich auch Hochträger haben und das ebenfalls richtige Expeditionen sind und keine Alpinstil Alleingänge und das ist eigentlich ein Bild, das wir aus dem Himalaya wieder entfernen sollten, also wir sollten weg von diesen großen aufgeblähten Expeditionen der 50er Jahre und da sind wir heute wieder, weil wir brauchen ja jeden Luxus im Basislager, wir brauchen Fernsehen und wir Internet und wir brauchen Telefon und wir brauchen Laptops und so weiter und so fort und das alles ist wahnsinnig aufgebläht und meiner Meinung nach absolut unnötig. Expeditionen ja, aber bitte nur im Alpinstil und natürlich sagen die Sherpas jetzt, ja, aber wir wollen auch selbstständig am Gipfel oben stehen und wenn wir schon die Logistik und die Organisation so drauf haben, dann wollen wir das auch so machen und das kann ich natürlich auch nachvollziehen, aber es sollte dann doch so sein, dass man sich vielleicht auch Gedanken darüber macht, wie die Gipfel im Himalaya in 10 oder 20 Jahren ausschauen sollen. Vor 10 Jahren hätte keiner damit gerechnet, vielleicht hat ein Reinhold Messner mal darüber philosophiert, aber es hat wahrscheinlich niemand damit gerechnet, dass die Gipfel so überrannt werden und Expeditionen in der großen Warteschlange auf den Gipfel warten. Ich glaube nicht, dass damit jemand wirklich gerechnet hätte und genau so, glaube ich, rechnet nicht so wirklich jemand damit, dass das Ganze jetzt noch mehr eskalieren könnte. Ich rechne durchaus damit. Also ich glaube nicht, dass das so wie es jetzt ist, schon den Gipfel erreicht hat, wortwörtlich quasi, sondern ich glaube, da kann noch ganz schön viel auf uns zukommen, was die Massen betrifft. Deswegen vielleicht sollte man wieder darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoller ist, im Alpinestil Expeditionen auszuführen, wieder auf die Qualität zu schauen und nicht auf die Quantität. Also wir sollten uns vielleicht wieder darauf berufen, dass wir Bergsteiger sein wollen und nicht einfach nur Teil einer Massenbewegung und wieder zurück zum Alpinestil Bergsteigen kommen sollten. In dem Fall muss ich ein großes Lob an den Bergsteiger Steve House aussprechen, der es tatsächlich bei vielen Expeditionen geschafft hat, immer Alpinestil unterwegs zu sein und dementsprechend eine natürlichere Form des Bergsteigens wieder zurück ins Leben gerufen hat. Deshalb, vielleicht habt ihr jetzt einiges über die Sherpas gelernt, etwas Neues gehört, wenn euch das Thema Sherpas und Co interessiert. Es gibt dazu sehr viel Literatur, es gibt dazu sehr viele Filme, aber wie gesagt, schon eingangs erwähnt, die Filme stellen leider nicht alles ganz so da, wie es in der Realität dann ist. Deswegen Literatur viel lesen, es gibt viel englische Literatur zum Thema Sherpas und wie die sich so entwickelt haben über die Jahrhunderte und warum sie eigentlich so gute Bergsteiger sind, darauf bin ich über das Thema Sherpas und die Kultur dahinter unterhalten. Es ist leider ein sehr komplexes Thema und man müsste wahrscheinlich wirklich stundenlang darüber sprechen, auch mit Menschen, die da direkt drinstecken in dem Sherpa-Wahnsinn, also in der Berufsgruppe vielleicht auch direkt drinstecken, aber man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass es unglaublich schwierig ist, mit Menschen aus dieser Szene in Kontakt zu kommen, da die tatsächlich oftmals sowas wie ein Sprechverbot haben. Wenn euch die Podcast-Episode gefallen hat, dann abonniert gerne unseren RSS-Feed oder abonniert auch gerne unseren YouTube-Kanal, da erscheinen die Podcast-Folgen ebenfalls einmal die Woche, immer am Sonntag. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch, wie immer, eine wunderschöne Zeit und Bergheil! Ja.